so leute und weiter geht es bei entropel zero wie gesagt na sorry das ist nicht sofort was ist das für eine scheißerei die tür ist doch nicht aufgegangen ist doch nicht das hier aber trotzdem geht es noch weiter weil was soll das denn schon wieder das ist jetzt aber hier alles aus aber hä was ist denn jetzt wieso dann geht es aber doch nicht an der stelle weiter ja aber was denn dann jetzt jetzt versteht schon wieder gar nichts mehr ja was denn dann jetzt wie jetzt weiter müssen die jetzt alle lieben oder das verstehe ich jetzt auch gerade nicht so ganz ja ich dachte die schießen sogar ich muss zurück oder nein jetzt aha aha ich wusste es geht weiter aha jetzt wahrscheinlich hier lang ist doch definitiv hier lang wort tag weil ich habe es doch gesagt hatte hier müssen wir lang ha hier sind wenn ich weiter hier und was passiert jetzt wieder ne gut noch ist jetzt nichts was soll das oh ich bin jetzt gelasert äh gescannt oder was aha so ich fühle mich echt beschissen ja wenn ich das schon wieder an kontaktion detektet ja was ist denn jetzt los muss ich jetzt machen worum geht es jetzt ich verstehe jetzt gerade nicht was muss sich jetzt eigentlich passieren das verstehe ich nicht was muss sich jetzt passieren oh ich bin jetzt hier oben derzeit Nummer 1 so moment oh 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 scheiße toll es holt schieß eins und muss ich es mir die ganze wache wieder oh was ist das der für blödsinn schieß 1 bis ich ganz wache erstmal wiederholen so zack und jetzt zu oben noch hin zack so und nu jetzt kann ich wahrscheinlich hier auch weiter gehen ja jetzt geht es weiter oh was ist nu los ja ich fange an zu hungern oh scheiße wo ist denn jetzt in der Heilstation wieder was soll das denn jetzt sollte das jetzt sein oder nicht nein das sollte definitiv nicht so sein was war das denn jetzt in der scheiß Falle man oh nein das ist ein Labyrinth wo ich jetzt aufpassen muss oder was ist das jetzt ein Witz aber hier muss ich wo weiter nein oh nein 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 warum nicht hier ist auch noch ein Gang oh scheiße oh nein wo muss ich denn dann jetzt hin oh ich hoffe dass hier nicht gleich wieder irgendwas einstürzt oder so okay ich schätze mal ah wahrscheinlich ne was soll das ja wo muss ich denn jetzt hin was ist jetzt wieder man ich will jetzt auch verhungern schon wieder ey ich will auf Hausern ey okay jetzt verstehe ich schon wieder nicht wie es weiter geht muss ich wieder irgendwas kaputt schießen oder so irgendwo äh ja ich glaube schon das ist sogar wirklich so das für wen nur ist ich dachte ich hier okay hier passiert noch schon mal nichts ist hier irgendwas warte mal ja irgendwas ist hier aber gerade zusammengebrochen als ich hier nachgegangen bin okay jetzt nicht hä ja schon wieder so eine scheiße und ich weiß nicht was ich machen muss geht schon wieder so an jetzt ist mir nach unten noch irgendwas oder muss ich vielleicht doch nach unten fahren ich weiß es nicht ich sehe wieder nichts komm und die stelle wo alles zusammengebrochen ist ich gar nicht mehr da entscheiden boah jetzt kundalien die sich wieder da so hier und zeit läuft genau also irgendwo bricht sich wieder alles zusammen noch nicht hä kam ich von hier oder muss ich jetzt hier nach Nee, von hier kam ich wohl eher. Dann bin ich hier lang gegangen gewesen. Aber still, und hier. Da ist die Stelle, die runterbringt. Gefunden. Das heißt aber, hier kann ich dann... Ja, hier kann ich dann weiter. Okay, jetzt kommt hier Musik irgendwie. Bin jetzt wahrscheinlich langsam richtig. Was ist das? Nichts da. Wenn ich jetzt wohl gewissermaßen richtig gelaufen hab, wenn das jetzt aufgetaucht ist auf einmal, dann muss ich wohl jetzt gewissermaßen was richtig schon gemacht haben. Ja, aber was ist weiter? Es ist immer noch nichts, was das Ganze löst. Wow, wow, wow. Also, mir ist erst mal das da hinter... Ja, da kann ich aber gar nicht hin. Das, deswegen. Da muss ich da auch fassen, da geht's nicht hin. Hier ist eine Nummer 8. Meinerweise misse ich doch dann eigentlich... Ach, ja, geht doch, alles klar. Komm schon an die Healer-Station, komm schon. Ah, ich kann ja gar nicht sterben, weil ich ja unverwundbar bin. Stimmt ja. Faszinierend. Ja, komm, guck, 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 guck. Ah, da ist eine Healer-Eine-Heil-Station. Na, endlich mal. Vaccination. Ah, geht da rein. Uh. So, zack, wieder, aha. Okay, hier ist nichts, dann müssen wir auf den D-Richt noch weiter, alles, genau. Und da geht's nicht weiter, nein? Okay, dann, also, das ist nicht hier. Okay, verstanden. Oh, jetzt, kein Knopf, gar nichts. Gut, geht von alleine, also. Ja, fährt hoch, alles klar. Okay, fährt hoch. Yeah, bin ich mal gespannt. Yeah. Und dann, Leute, gibt es ja auch noch Entropy 2, ne? Entropy Zero 2, bin ich mal gespannt, was in der zweiten Tasse ist. Aber wie gesagt, spiegt man irgendwie hier ein Combine und keine Ahnung, halt mal die andere Seite bei Half-Life 2. Nur spiegt man nicht die Half-Life 2, sondern irgendeine andere Story. Ne, aber halt in der Half-Life 2-Falte. Aha, okay, ist geöffnet. So. Ja, es ist scheinbar... Ja, es ist egal. Okay, geht auf. Was ist jetzt? Wenn sie schnell wieder sind. Oh, mach mal. Warte. Oh, scheiße, ich kann keine Taschlampe machen. Oh, das ist schlecht. Ach, das ist nochmal so eine Station. Gut, das mach mal eben. Gut. Oh, scheiße, ich sehe. Ich sehe schon. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Ich habe schon gesehen, da ist was ge... Oh, hey! Ist da mehrere... Ne, sind das wohl nicht. Aber ich sehe nicht, wo ich hin... Ah, jetzt geht die Taschenlampe wieder an. Was ist das für eine Verarscherei? Ich nehme an, ich nehme an. Ich nehme an, ich muss... Ne, doch, hier muss ich hin, tatsächlich. Aha, okay. Ah, so ein Labyrinth, meinetal. Ah, ja, aha. Weiter geht es jetzt hier lang, alles Klo. Cool, damit wo... Ladies! Bin mal gespannt, was wir jetzt hier weiter haben. Äh... Was ist... Oh, feuer, so eine Treppe müssen wir hochlaufen. Wo bitte sind wir jetzt? So, mal sind wir vielleicht gerade am Ziel oder sowas? Kann das sein? So, mal ist hier die Zeit angehalten oder sowas? Was ist hier los? Okay. Ja. Also, was geht hier ab? Was willst du als nächstes tun, hm? Mensch. Was ist das hier? Was geht los? Oh, das kommt durch? Okay. Nein. Ah, ich kann laufen, ach so. Äh, hä? Äh. Ach so, ich kann die gar nicht... Ähm, das heißt, ich muss jetzt irgendwie die dann, also demnach, das Fäder deaktivieren, wahrscheinlich. Gut, halt den munter. Um. Ne, da kann ich nicht hin. Aber hier ist irgendwas. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie... Äh. Warte, mach ich nicht mal ein, da muss ich wahrscheinlich irgendwie... Äh. Äh. Hä, was muss ich denn damit machen? Äh. Was muss ich denn damit machen, sonst stehe ich nicht. Ah, ich muss da mit der Waffe reinschießen. Alles klar, ich verstehe. Okay, verstanden. Verstanden. Ich muss mit diesem... Verstanden. Das nächste ist... Hier. Zack. Okay. Na, komm hoch, hey. Scheiße, wieso... Gehe ich das nicht jetzt? Ah, jetzt... Ah. Was war das? Was ist hier passiert? Was war das gerade? Was ist hier passiert gewesen? Okay, hier ist hier noch kaputt. Warte, ich war doch da gegangen. Da macht die Möglichkeit in der Zeit zu fassen. Ist das irgendwie so ein Scheiß? Was sollte der Mist denn? So, zack. Ruhe. So, das nächste Ding ist dann wohl... Nein, hier glaube ich eh nicht. Aber hier. So. Na. Ah, mint. So. Und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Verstehe ich immer? Verstehe ich noch. Ich weiß nicht. Dann habe ich doch, glaube ich, alle drei ausgemacht. Oder hat das nicht... Doch, ist aus. Aber irgendwas... Was ist jetzt los? Was ist das passiert denn jetzt? Oh nein, habe ich zu langsam gehandelt? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Scheiße, habe ich irgendwas verpasst oder so? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oh nein. Ich hätte doch definitiv jetzt irgendwie was verpasst oder so. Oh nein. Oder muss ich... Ah. Hey. Entropisi... Okay, das steht jetzt... Ja, wie habe ich das Spiel jetzt geschafft oder was? Hä? Im Ernst jetzt? Ist das Spiel durch oder was? Stasis Field Detected. Respiratory Assist Activated. Wie habe ich das Spiel jetzt gerade durchgespielt oder was? Stasis Assist Activated. Hä? Pulling Stream... Pulling Stream meine ich, Entschuldigung. No Draft Out of Date. Reviling Mask. Mask Playback End. Nein, doch noch nicht durch. Releasing? Also doch nicht durch. Aha. Äh. Will ich denn in einem Zufall kommen oder was ist das jetzt? Äh. Grüßt euch. Was soll ich jetzt tun? Was ist los? Hallo? Okay, was passiert jetzt? Oh, Linda, was passiert jetzt, Leute? Du hast in unserer Gegend still zu sein, verstehst du das? Okay. Du hast in der Gegend still zu sein. Wir waren, wir wundert deiner einer Herne wie dich soweit vom Zielpunkt aufzufinden. Du hast unsere neugierige Weg, das erfahren wir dich wieder eingesammelt. Du hast das Ding im Statusfeld des Kerns zu stehen. Wir wussten nichts von den Ereignissen in Sektor 10. Deine Aktionen haben uns hilfreich Informationen geliefert. Du hast dir Lob verdient. Aha. Okay. Ja, weiter? Wir glauben, einer neuen Bedrohung gegenüber zu stehen, ausgehend von einem alten Feind. Er verstand wie deiner, er verstand wie deiner dürfte uns gute Dienste leisten. Deshalb wurdest du für dich unfreudige Förderung mittels Bewusstseinstransfer akzeptiert. Was? Deine Klonen werden uns Soldaten für dieses Reich dienen. Deine Primärklonen bieten in das große Verzeichen hinter Geschick zu unserem Reich. In unserem Reich. Hä? Ja, aber dies jetzt. Wie, was heißt Klonen? Moment, werde ich jetzt geklugt oder was? Aha. Was geht? Du wirst Schmerzen kennenlernen und Dunkelheit. Wir werden uns bald wiedersehen. Okay, dann habe ich das Spiel doch durch, oder was? Wieso soll ich denn Schmerzen kennenlernen? Und Dunkelheiten, hä? Na. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Was soll denn das? Ich habe... Hä? Na ja. Also irgendwie verstehe ich das hier gar nicht. Aber, ja, so bin ich sicher, habe ich das Spiel anscheinend wohl durch. Hä? Das ist ja wohl ein Ding, wa? Das gibt es ja wohl gar nicht. Ach, ja. Im Ernst? Ich habe es jetzt durchgespielt. Oder was ist das jetzt für ein Wurmloch hier? Ja, was ist jetzt? Anthropie Zero. Ja, Leute, wir haben es durchgespielt. Ja, cool. Iiii. Wir haben Anthropie Zero durchgelöst. Haha, nice. Creator John Rickardson. Okay, Leute, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei Anthropie Zero 2. Zoweit ich mich holen konnte und bis dahin, bleibt gesund. Abonniere meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch. Und hinterlasse mir auch gerne was in den Kommentaren. Bis dann, bye.